Steck in mein Auto ein, du kannst bei Fahrern sein, all die Sorgen stehen von allein, mit 180 auf der Autobahn und der Fahrzeug geht uns durch Fahrtbar mit. Mit dem Tesla. Könnt ihr ja nicht die ganze Zeit immer nur auf der Autobahn an den Tesla Super Chargern laden. Es kommt auch mal vor, dass man mal in der Stadt unterwegs ist, die ganze Zeit da rumfährt und dann muss man auch mal in öffentlichen Ladesäulen laden. Und das zeige ich euch jetzt, wie das funktioniert. Die Super Charger haben ja immer so ein Ladekabel integriert. An den öffentlichen Ladesäulen ist ein Typ 2 Ladestecker oder auch Mannekes Ladestecker. Die findet ihr im Kofferraum Ceslas. So, ich mach den mal gerade mal auf. Und zwar, schauen wir da mal hier unten rein. So, da habe ich mir noch eine schöne Decke und alles rein platziert. Dann gibt es hier noch andere Adapter, die werde ich in den weiteren Videos noch erklären. Und hier ist jetzt dieser Typ 2 Mannekes. Dieses Stück kommt in den Tesla und dieses Stück kommt in die Ladesäule. Und das schließe ich jetzt mal an. Damit ihr den Stecker hier auch in diesen Ladeanschluss reinstecken könnt, müsst ihr den öffnen. Dazu haltet ihr hinten diesen Kofferraumknopf gedrückt. Und so lange gedrückt, bis dann gleich diese Klappe aufgeht. Da macht es auch so ein kleines Klackgeräusch. Da steckt ihr dann hier das eine Ende rein. Wenn ihr das richtig gemacht habt, verschließt er dann auch wieder. So, da macht es dann auch wieder so ein Klackgeräusch, um an öffentlichen Ladesäulen zu laden. Braucht ihr natürlich irgendeine Ladekarte oder eigentlich von jedem verschiedenen Ladeanbieter eine eigene Ladekarte. Ich würde euch empfohlen, holt sowas wie von The New Motion, so ein Chip hier. Oder ich habe das Ganze auch nochmal von Plug Surfing. Mit diesem Chip, das ist ganz praktisch, wenn ihr euch da anmeldet, könnt ihr dann auf ein Riesensystem von allen möglichen Ladeanbietern zurückgreifen. Also habt nur einen so einen Chip. Ich nutze gerne den von The New Motion. Den haltet ihr dann an die Ladesäule dran hier. Zack. So, jetzt seht ihr, ist das hier noch verschlossen. Jetzt klappt der praktisch runter, der Stecker. Jetzt stecke ich den hier ein. Zack. So, und in dem Moment geht es dann im Tesla auch los mit dem Laden. Falls ihr euch jetzt wundert, wieso ich den hier rechts einstecke und nicht eigentlich links, der linke funktioniert nicht. Das passiert manchmal. Manchmal sind die Ladesäulen auch nicht voll funktionstüchtig. Und dann muss man halt, naja, sozusagen den anderen Ladestecker blockieren. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, ey, was ist mit dem Kabel? Das kann doch jeder mitnehmen. Das liegt ja da draußen. Kann keiner mitnehmen. Die sind von beiden Seiten verschlossen. Das heißt, erst wenn der Ladevorgang beendet ist, wenn ihr den dann beendet wieder mit dem Chip, dann könnt ihr das Kabel erst wieder rausziehen. Das müsste schon jemand durchschneiden und das würde ich keinen empfehlen. So, und dann fragen mich viele, wie lange dauert denn eigentlich so ein Ladevorgang? Das ist natürlich völlig unterschiedlich. Ich blende euch jetzt hier mal eine Übersicht ein, damit ihr mal so ein bisschen seht, wie viel unterschiedliche Ladegeschwindigkeiten es gibt. Also ihr seht hier, es gibt zum Beispiel diese 3,7 kW. Das ist natürlich ganz langsam. 11 kW ist wirklich so das, was fast jede Ladesäule hat. Und ich lade jetzt hier im Moment mit den 22 kW. Und da schauen wir uns noch mal an, wie lange jetzt das Ganze braucht. Wir gehen mal hier auf den Bildschirm. Hier seht ihr das jetzt also. Ich habe nur noch 59 km Reichweite im Tank, also fast leer. Ich habe jetzt hier einen Tesla mit 85 kWh Batterie. Ja, nur damit man das mal einordnen kann, das ist natürlich je nach Größe der Batterie dann unterschiedlich. So habt ihr mal einen guten Richtwert. Hier steht jetzt also, 7 Stunden 20 Minuten benötigt der, um von fast komplett leer bis, und jetzt muss man dazu sagen, auf 90% zu laden. Denn normalerweise lädt man den Tesla im alltäglichen Gebrauch immer nur bis 90%. Da kann man hier das umstellen, auf Ladelimit einstellen. So, und jetzt seht ihr das hier. Hier ist so der Bereich täglich. Ja, also in dem Bereich sollte man sich aufhalten. Damit die Batterie eben möglichst lange hält, sollte man eben nicht jedes Mal die Batterie zu 100% aufladen. Deswegen ist das so voreingestellt. Da ich aber einen Trip gerade vorhabe nach München, mache ich das jetzt genau. Ich sage, ich möchte nämlich nicht nur hier Ladelimit einstellen bis 90%, sondern ich ziehe dann einfach hier diesen Regler so rüber. Und jetzt will ich auf volle 100%, damit ich eben für meine Langstrecke die volle Reichweite habe. Und da seht ihr auch schon sofort, jetzt hat sich das Ganze auf 8 Stunden 20 Minuten oder 8 Stunden 15 Minuten erhöht. Und das ist jetzt also so wirklich so eine komplette Ladung. Lohnt sich natürlich, wenn man das zum Beispiel über Nacht macht. Das war es mit diesem Tutorial. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, hey, es gibt doch noch mehr Stecker. Zum Beispiel so ein Schuko, das ist so ein stinknormaler Steckdosenanschluss. Oder so ein CEE 16 Ampere Anschluss. Es gibt sogar noch einen CHA-DEMO. Aber das erkläre ich in weiteren Tutorials. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, lasst mal ein Abo da. Ansonsten schaut euch um. Es gibt noch mehr Tutorials rund um den Tesla. Viel Spaß damit. Bis bald. Fahr bitte, fahr bitte mit. Man sind Leute, Sonne und Leute, alles für uns, alles für uns. Füllst du die Freiheit, bist du dabei? Das soll ja nicht dreckig werden. Dann steig doch endlich ein, fahr mit.